Also die Häuser da, bei den Dingens, können auch meistens weiß sein und haben meistens Strohdächer. Ach, da wohnen die alten Fischer. Der Ort reimt sich auf Schmidt. Und es reimt sich auf Schnitt, Ritt, Knitt, all sowas. Sie liegt auf dem Kapakona und in der Nähe vom Wasser. Ich war schon mal auf dem Kapakona und war auch schon auf dem Leuchtturm. Da fährt man mit dem Boot raus zum Angeln und wenn es warm ist, kann man da auch baden. Und Steine sammeln. Ich würde gerne hinziehen. Weil da ein schön hoher Berg ist und da hat man eine gute Aussicht. Und da kann man bestimmt kurz Schlitten fahren im Winter. Ich möchte gerne mit meinen Eltern da hinfahren, weil es da so ein schönes Plätzchen ist. Weil da es nur ein Dorf ist und ich wohne auch in einem Dorf. Und es gibt da einen kleinen Strand und da möchte ich auch gerne hinfahren. Da wollten Papa und ich mal hinfahren, aber die waren zu mir richtig, dass sie viel abgehauen. Und da war zu machen. Genau! Das ist da! Gew нельзя. Und das alles. Das alles. De�지. Ich bin. So da sind. Ich bin. Sure bin. Ich bin. Untertitelung des ZDF, 2020